Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Jetzt geht es. Sebastian geht mit, Warrad enger ran hier. Warrad umdrehen. Wunderhalb. Warrad nicht so lange warten. Und schöner Einwurf. Sehr gut. Und weiter. Zweikämpfe wieder das alte Lied. Ausgehen, ausgehen, Warrad. Sehr schön, komm. Weiter, weiter. Warrad ist heute nicht ... Lassen Ball am Fuß, Mütz. Okay, ganz mal. Schön rechts hinbleiben, Warrad rechts vorne. Gleich, Doppelbasier, Warrad in die Idee. Warrad? Warrad! 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 Auf der Linie, super. Warrad! 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 W arr. Warrad! Warrad! Aufstehen! Zum Ball! Und zurück, Matteo! Der muss doller kommen, Valentin! Guck mal, da steht einer! Mitte! Alter, da steht Alan frei! Geh ein bisschen, Karsten, geh! Komm jetzt, Matteo, guck mal! Karsten, nimm den Ball und lauf! Ja, du musst den Gegenspiel... Angebote aussehen, ihr steht alle nur! Zum Ball! Komm! Und Karsten geht, Karsten geht ab! Und dranbleiben, dranbleiben! Und Justus! Schön gesehen, Justus! Alle! Alle! Mensch, zu langsam! War ran geht's, war ran geht's! Komm, ruhig, ruhig, ruhig! Schade, war gut, war gut! Komm, weiter! Jungs ist alles richtig, du stehst da gut! Wenn er reinläuft, musst du mitgehen, wenn er kurz kommt, musst du mitgehen, sonst bleibst du da! Und geh ab, Karsten! Sehr schön! Komm, Röderin! Erstmal den Seiten ausbringen, den Ball! Super! Schön geklärt! Und jetzt wieder raus! Der war wichtig, war ran! Gute Aktion! Schnell ordnen, Jungs! Jungs! Jeder hat den Mann! Wir warten! Wir warten nicht, bis der Ball wurde, sondern orientieren uns schnell! Torwart! Guckt mal, der Ball ist noch nicht immer aus! Der Ball nimmt immer noch nicht immer aus! War ran! Danke Aktion! Kickball! Juri, bleib doch mal auf deiner Position! Sehr schön! Schön! Und jetzt, Alan! Komm, 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 komm! Und Druck machen! Hinterher! Du bist links hinter! Du bist links hinter! Nein! Druck machen! Nein! Gut! Du bist richtig, Max! Und zurück, Jungs! Früher, Simi! Weiter! Weiter! Schön! Und aufrücken! Außen spielen! Jawohl! Annehmen! Und links versenken! Jawohl! Durch die Beine! 4 zu 3! Jetzt haben wir das Spiel wieder gedreht! Wieso rennen wir nach vorne? Das ist, wie oft wollten wir das noch machen? Und noch mal, Baka! Und noch mal, Baka! Und noch mal, Baka! Und die Beine durch die Mitte! Davon haben wir auch schon zwei bekommen! Aufrücken! Steht vor stein! Auch jeder hat da immer ein neuer vom Tor frei! Der sieht man immer noch! Und die Bewegung vom Tor! Jungs, konzentriert bleiben. Und spielen, spielen. Schön, Malte. Körper vor, Baran, Körper vor. Jawohl, komm, hinter dir. Nach hinten, in die Mitte ist noch nicht besetzt. Jungs, wir brauchen zu länger. Geh mal, geh mal, Jungs, komm mal, Jungs. Mecker nicht, wir machen nur die ganze Zeit. Jungs, die zwei Kämpfe, der Ball ist zu oft weg. Zu oft, wir müssen auch mal da dranbleiben. Fizzy sein. Weiter. Vorsichtig. Oh, 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 oh. Jasper. Jasper. Komm, Malte. Jawohl, schön, stark. Komm, weiter. Komm, Sibi. Mit ihm hier, mit ihm hier. Vorsichtig, gut, Max. Spielen, spielen. Viele. Zurück. Genau, nochmal rein. Fuss vor. Jasper, helfen. Fuss vor, Simi. Ah, schade. Gut. Naja, ist doch okay. 4 zu 4. Ja, das ist okay. Jungs, die Mitte, Jungs. Marino. Komm. Komm, Juri, ab zur Mitte. Dann, bitte nicht mehr und beh frighten. Dir Papa, bitte nicht mehr. Komm, Juri, ab rope. Komm, Juri, ab 1,2, 10 höre sching. Tipp. 's wide untang.